so 6.30 Uhr ein neuer Tag bricht an der Tag der Meisterschaft sieht man schon die Deichstimmung am Morgen ich bereite mich gerade vor Kassetten habe ich genug dabei die Jungs sind schon am Duschen und Frühstück wird auch schon gemacht schauen wir mal ich bin nicht lange gestört ich zeig das nicht da ist irgendwie Porzellan runtergefallen das erwähnen wir mal nicht aber Scherben bringt Blick habe ich gehört ja ganz kurze Frage wie ist die Stimmung heute königlich quasi Haferflocken mit ein bisschen Gräbfugel gab es dazu ein paar Rosinen dann will ich das mal jetzt so belassen wir sehen uns ja sicherlich gleich auf der Meisterschaft so Deichstimmung mitten in der Nacht es geht los so die Deichgebete sind vollbracht aber jetzt geht es wirklich los so Tonscheck folgt hier wohl gerade die Athletenmaschine einmählich ein Technikcheck ganz wichtig die Athleten sammeln sich einmählich wir haben heute insgesamt 123 Athleten und Athletinnen die an den Start gehen wir uns mal vor Augen führen bei der ersten deutschen Meisterschaft der GNWF in 2004 waren insgesamt 26 Athleten am Start und nun haben wir allein im Leichtgewicht schon 25 Starter also sehen wir mal die Entwicklung die die GNWF in den letzten 7, 8 Jahren vollzogen hat so nochmal um zu verdeutlichen wie wir Teilnehmer mitmachen so alle Athleten auf der Bühne 123 Athleten sind jetzt auf der Bühne machen wir jetzt 2-3 Minuten nochmal richtiges Photoshopting Freut euch dass ihr hier seid gleich gehts los so mal kurz einen Blick im Backstage Bereich Backstage der Bühne da finden schon Verbrennung statt bei 123 Athleten ist das natürlich hier sehr groß alles abgeklebt wegen der Farbe natürlich der Athleten dass das nicht an diese schön weiße Wände kommt da gehts hoch da sind viele Räume dann gehts hier weiter da sitzen ein paar mal halten sie sich vor da sitzt der Parbel so das ist jetzt größer 9 die Veranstaltung geht jetzt los ich war schon zweimal bei der GNWF zur Veranstaltung ich kann euch sagen es wird spannend und es wird richtig gut auf die Bühne bitte auf die Bühne stellen jetzt hier die Nummer 82 mit der 93 einmal die Plätze tauschen nur die Plätze einmal bitte tauschen die Bühne stellen hier ein Hachens automatisch mit der Bühne stellen Latissimus von vorne Bitte eine seitliche Brustpose. Beste Seite. Eine seitliche Trizepspose. Beste Seite. Doppelbizeps von Händen, bitte. Eine Latissimuskose von Händen, bitte. Beste Seite. Bauch und Beine. Und eure beste Mausmasküller-Frau. Und eure beste Mausmasküller-Frau-Frau-Frau-Frau-Frau-Frau-Frau. Und eure beste Mausmasküller-Frau-Frau-Frau-Frau-Frau. Und eure beste Mausmasküller-Frau-Frau-Frau-Frau-Frau-Frauלא-Frau-Frau-Frau. So, jetzt gehen die Junioren aus, jetzt bin ich gerade raus, jetzt wird es voll hier ziemlich mal zurück.